Hallo, mein Name ist Christian Mohr, ich bin Head of Innovation bei Carbon in Deutschland und hierbei verantwortlich für den Bereich Corporate Innovation für unser Haus von 11.000 Mitarbeitern sowie für die Innovation Services am Markt. Hightech Entrepreneurship spielt bei meiner Rolle und den Themen, die wir hier auch begleiten, eine sehr, sehr wichtige Rolle, da wir hier Zugang bekommen zu neuester Technologie, sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Mandanten und hier arbeiten wir sehr intensiv auch mit den Hochschulen zusammen, sowohl regional als auch international. Was mich an Entrepreneurship im Wesentlichen begeistert, ist es vor allem, dass Unternehmer im Wesentlichen Chancen erkennen und weniger auf Risiken fokussieren und das ist ein ganz wesentliches Element, um auch vor allem gerade neue Technologie wie im Hightech-Technologie in die Umsetzung zu bekommen. Worauf könnt ihr euch freuen am 4. Juli? Ich würde euch schlichtweg Einblick geben, wie wir als Unternehmen mit diesem Thema umgehen und natürlich auch die ein oder andere Erfahrungen teilen, wie unsere Mandanten sich für dieses Thema auch mit uns gemeinsam begeistern können.